Sonntag, 26. September 2010. Es geht los mit dem großen Konrad Akku Race. Ein paar Teams sind schon unterwegs. Letzte Testfahrten in einer knappen halben Stunde startet dann auch das erste Rennen und heute gibt es jede Menge hier zu sehen, jede Menge zu gewinnen, auch wenn sie nur unter Anführungszeichen Zuschauer sind. Sie können auch selbst mitbestimmen, wer einen Publikumspreis gewinnt und, und, und. Sie bekommen von mir noch alle Informationen, was den Rennmodus betrifft, wie Sie Ihre Stimmen abgeben können, wie Sie hier tolle Preise gewinnen können, zum Beispiel einen Samsung-Fernseher oder ein Sony-Heimkinosystem. Wie das alles funktioniert, das erfahren Sie im Laufe des Tages. In Kürze schauen wir uns mal die entscheidendste Acht des Tages an. Das ist nämlich die Rennstrecke. Die werden wir dann mal abgehen und dann sehen wir, wo die Akkuschraubergeräte heute drüber glühen. Beim Konrad Akku Race sind heuer über 40 Teams am Start und ich würde Sie, die Sie hier schon sehr interessiert durch die Boxengassen gehen, jetzt den ganzen Nachmittag bitten, schauen Sie sich an, welche Teams gibt es, wie schauen die Vehikel aus, was ist der Geist, was ist die Idee dahinter und stimmen Sie ab. Es gibt eine Publikumswertung, das ist mal der erste ganz wichtige Punkt für Sie. Es gibt eine Publikumswertung, wo Sie mit zwei Beilagscheiben dem Team, das Ihnen am besten gefällt, Ihre Gunst erweisen können. Wie tun Sie das? Sie nehmen diese Beilagscheiben und kommen dann zum Informationstisch. Dieser Informationstisch findet sich direkt auf halber Höhe der Rennstrecke und davor finden Sie Gläser. Gläser, in denen diese Beilagscheiben gesammelt werden und Sie haben sicher schon erraten, wer die meisten Beilagscheiben hat, der gewinnt. Also, Sie brauchen auch jetzt nicht mit den Beilagscheiben sofort hierher starten, schauen Sie sich in Ruhe alles an. Also, treffen Sie eine weise Entscheidung, welches Team dann den Publikumspreis mit nach Hause nehmen kann. Und wie Sie gewinnen, verrate ich Ihnen in Kürze. Davor schauen wir uns mal die Rennstrecke an. So, jetzt befinde ich mich also am Start dieser Achterschleife. Die Achterschleife, die für viele Teams heute hier entscheidet, ob Sieg oder Niederlage erfolgen. Wir starten hier an der Rampe, es geht mal steil bergab. Sie sehen, es werden noch die eine oder andere Testfahrt vorgenommen. Also, wenn man hier als Moderator arbeitet, ist es durchaus, möchte ich sagen, lebensgefährlich, aber zumindest Beinbruch gefährlich. Wow, 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 wow. Team Nummer 15 stellt sich bereits sehr charmant vor. Achten Sie auf diese Dame, die ist rasant schnell unterwegs. Könnte ein Geheimtipp sein. Also, wir kommen hier auf diese Achterschleife zu einem aufgeblasenen Akkuschauer, damit das auch ja niemand übersieht. Die Strohballen hier übrigens sind nicht Show, sondern die sollen tatsächlich dafür sorgen, damit niemand, der sich zwanglos von der Strecke begibt, sich wehtut. Soll schon vorgekommen sein, also nicht, dass sich jemand wehgetan hat, aber dass sich jemand zwanglos von der Strecke entfernt hat. Also, eine Acht. Ist, glaube ich, auch durchaus möglich, sich das vorzustellen. Wir starten dort, fahren hier einmal quer, umrunden das. Jetzt, wird es etwas zum Mitdenken. Also, wenn ich das erste Mal durchs Ziel fahre, bin ich noch nicht in eben jenem, sondern ich muss noch eine zweite Runde fahren. Das heißt, erste Mal Ziel, bitte noch nicht jubeln, da kann noch einiges passieren. Wir fahren zurück und die Rennläufer unter Ihnen haben sicherlich schon erkannt, was hier passieren könnte. Ja, hier treffen sich Fahrzeuge, die in unterschiedlichen Fahrtrichtungen unterwegs sind, die, die beim Start vielleicht ein bisschen länger gebraucht haben und jetzt hier von rechts nach links queren. Jene, die schon schneller sind und hier von links nach rechts zurück queren. Also, da ist auch die Verantwortung aller Fahrer gefragt, dass man hier nicht kollidiert, denn eine alte Rennfahrerweisheit besagt, wer verunfallt, gewinnt selten. So ist das auch beim Konrad Accurace. Eine Sache habe ich noch für Sie, wir haben natürlich auch eine prominenten Jury, die heute hier Stimmen vergeben wird, die sich auch in den Boxengassen herumtummeln wird, die natürlich auch für Ihnen Rede und Antwort stehen, das ein oder andere Autogramm geben, so Sie das wollen. Es sind sehr interessante Herrschaften, Ladies first, Christina Lugner wird da sein, es wird da sein, Edifinger Junior und ein Mann vom Fach, Hans-Joachim Striezl Stuck. Der Mann ist Formel 1 gefahren, ist 24 Stunden Rennensieger in Le Mans und ist mit dem Rennsport sozusagen verwachsen. Also, diese Promis werden da sein, werden sich Ihre Favoriten aussuchen und werden auch für Sie zur Verfügung stellen, um mit Ihnen zu fachsimpeln. Also, gerade rechtzeitig eingetroffen, unsere Promi-Jury, bestehend aus drei Herrschaften. Wir beginnen natürlich mit der Dame Christina Lugner, hallo. Hallo, schön, schön, dass du da bist. Edifinger Junior, ein Mann, der im Fußball zu Hause ist, im Skifahren und natürlich im Motorsport und Hans-Joachim Striezl Stuck, ein Mann, der weiß, wie man so ein Gefährt lenkt und uns alle noch mit Fachsimpeleien ein bisschen hinter die Kulissen schauen lassen wird. In knapp drei, vier Minuten geht es hier los. Also, Teams an den Start. Wir starten das Konrad-Ackerace in Kürze. Also, Konrad-Ackerace 2010, die ersten Teams sind jetzt schon wirklich auf dem Weg zum Start. Ein Wort davor, es gibt hier einen Rennmodus, den erkläre ich Ihnen, den bringe ich Ihnen jetzt auch während der Rennen näher. Nur, es muss doch einen Menschen geben, der sich sowas ausdenkt und auch darüber wacht, dass da alles korrekt abläuft. Und das ist der Mastermind des Konrad-Ackerace, Ingenieur Thomas Schöffmann, Vertrieb, Marketingleitung, Konrad Österreich. Hallo. Hallo. Thomas, worauf wird es heute ankommen? Heute kommt es darauf an, dass diese wunderbaren Konstruktionen und das ist mein Beginn. Herzlichen Dank an die Teams, was die auf die Beine gestellt haben. Sensationell. Ein großes Lob. Die erfüllen diese Veranstaltung mit Leben. Wunderbar. Also, ich glaube, das ist auch schon einen ersten Applaus wert. Denn die Teams, wenn sie sich die Boxen schon angesehen haben, das ist natürlich ganz großer Rennsport. Thomas, bei den Rennen, worauf müssen wir jetzt, worauf muss der Zuschauer jetzt ganz genau achten? Ja, das ist eine Veranstaltung des Geistes, der Fantasie. Schaut euch die Gefährte an. Wirklich tolle Konstruktionen von der Bierkiste über Snowboard, Dreiräder, Go-Karts. Es ist unglaublich, was die Leute hier auf die Füße gestellt haben. Wir haben hier Mitbewerber aus sechs Bundesländern, Gäste aus Deutschland und aus Holland. Ich freue mich darauf und in diesem Sinne, lasst die Schrauber richtig glühen. Dankeschön, Thomas. Die Schrauber, die werden glühen. In wenigen Augenblicken startet das erste Rennen. Ich bitte jetzt die Teams 1 bis 4 schon zur Startposition, damit wir in wenigen Sekunden loslegen können. Und jetzt auch die Bitte ans Publikum. Ganz nah an die Strecke kommen. Suchen Sie sich den besten Platz. Denn jetzt fliegen hier nicht nur, wie wir gehört haben, Snowboards und Bierkisten, sondern möglicherweise Reifen, Emotionen und noch viel mehr.